Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von Achtung, Aufnahme. Ja, die Bilder gingen gestern um die Welt. Das Attentat bzw. der Attentatsversuch auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hat gestern für mehr als Aufsehen gesorgt und mit diesem Podcast möchte ich diesen Tag bzw. diese Situation nochmal Revue passieren lassen. Ich möchte euch auf den Punkt eingehen, der in diesem Zusammenhang sicherlich sehr interessant ist und auch viele interessiert. Wie ist es um die Sicherheit des US-Präsidenten bestellt? Wie ist es um die Sicherheit ehemaliger US-Präsidenten bestellt? Und was hat Donald Trump jetzt nach diesem doch sehr denkwürdigen Attentat vor? Ja, in diesem Sinne nochmals herzlich willkommen bei einem neuen Podcast mit meine Stories. Es war mehr als überraschend, als in der Stadt Butler in Pennsylvania in den USA Donald Trump in seiner typischen Redepose gestern war und sich auf einmal mit seiner rechten Hand auf sein rechtes Ohr gegriffen hat, gezuckt hat, automatisch instinktiv in Deckung gegangen ist und der Rest ist mittlerweile Geschichte. Wir kennen es jetzt alle, viele haben es gesehen, viele haben es gehört. Die Medien sind voll damit. Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten. Sowas ist sehr, sehr selten. In diesem Podcast möchte ich eben auch auf den Sicherheitsaspekt eingehen, der einen US-Präsidenten, einer ehemaligen, vielleicht zukünftigen US-Präsidentin vielleicht umgibt. Bewacht wird der US-Präsident vom United States Secret Service, vom USS. Der United States Secret Service ist unter anderem für die Bekämpfung von Finanzkriminalität zuständig. Das war einer seiner ursprünglichen Aufgaben. Und es hat in den vielen vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten schon mehrere Attentate auf US-Präsidenten gegeben. Und erst seit dem Jahr 1901, wo auf William McKinley ein Attentat füft worden ist, ab dann hat der US-Kongress offiziell dem United States Secret Service die Bewachung von amerikanischen Präsidenten verantwortet. Vier US-Präsidenten sind bis jetzt ums Leben gekommen. Bekannt natürlich, und der bekannteste ist sicherlich John F. Kennedy. Übrigens, wenn ihr diesen Podcast auch auf YouTube seht, auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal anhört, dann wird genau jetzt auch ein sehr interessanter Bericht von der US-Präsidenten-Maschine gebracht, den ich vor einigen Jahren recherchiert habe. Interessantes Video, seht rein, es gibt auch einen Podcast dazu, das Ganze wird jetzt eingeblendet. Aber zurück zu den vier Präsidenten, die bis jetzt schon umgekommen sind. Abraham Lincoln, sicherlich der Prominenteste, wurde am 14. April 1865 wie eine Theatervorstellung angeschossen. James Garfield am 2. Juli 1881. William McKinley, den ich vorher erwähnt habe, am 6. September 1901. Und John Fitzgerald Kennedy am mittlerweile bekannten und berühmt-berüchtigten Datum in Dallas in Texas am 22. November 1963. Der mutmaßliche Täter, damals Lee Harvey Oswald. Bin ich jetzt wieder bei dem Punkt, worum ich auch diesen Podcast mache. Ich bin jetzt ein Realitätsmensch, wenn es um solche maßgeblichen Attentatsversuche geht. Und ich komme jetzt gleich wieder auf den gestrigen Tag von Donald Trump, auf das Attent von Donald Trump zurück. Aber es gibt sicherlich auch immer Geschichten und Gerüchte darüber, dass gewisse Attentatsversuche gefegt sind, dass es Verschwörungstheorien dahinter gibt. Beim Attentat auf Kennedy ist es mittlerweile, ich möchte nicht sagen zu 100% bewiesen, aber es sind alle Indizienbeweise und alle vielen, vielen, vielen Recherchen. Es hat einen eigenen Senatsausschuss gegeben, der aber jetzt nicht so wahrheitsgetreu berichtet hat. Es hat einen eigenen, bekannten US-Staatsanwalt gegeben, der das Ganze noch einmal von A bis Z durchleuchtet hat, um die möglichen Hintermänner für dieses ganze Attentat auf Kennedy aufzudecken. Lee Harvey Oswald, der von bekannten Schulbuchlage in Dallas den Präsidenten von hinten ungefähr auf der 5-17-Uhr-Bersion erschossen haben soll. Das ist wirklich lächerlich. Es hat so, so viele Zeugen gegeben, dass der Präsident von drei Seiten damals getötet worden ist. Und das ist wirklich eindeutig. Wir kennen leider Gottes diesen grauenhaften Szenen, wie seine Frau Jackie Kennedy in ihrem Rosa-Kostüm sich über ihren schwerverletzten Mann beugt. Gouverneur Corneli, der katexanische Gouverneur, ist vorher getroffen worden. Er ist im Wagen mit den Kennedys gesessen. Dann hat Kennedy sich nach vor gebeugt. Dann ist er am Hals getroffen worden. Und dann eben der tödliche Kopfschuss, wo, ja, es klingt zwar jetzt sehr, sehr grauenhaft, und Teile des Kopfes dann geöffnet waren und auch das Gehirn ausgeflossen ist. Und er ist nach hinten katapultiert worden. Wenn jemand wie Lee Harvey Oswald auf einer 17-Uhr-Position steht, dann ist es unmöglich, dass ein Präsident von vorne nach hinten katapultiert wird. Noch dazu, wo es Zeug gegeben hat. Ein nicht zu weit entfernter Zaun. Und dahinter sollen die Schützen gewesen sein. Mundmaßliche Geschichten, wer dahinter steckt. Es ist ein riesiges, riesiges Politikum. Es könnte die damals und teilweise immer noch sehr einflussreiche Mafia gewesen sein. Kennedy hat sich nicht sehr viele Freunde im Süden gemacht. Nord- und Südstaaten damals politisch sicherlich noch nicht so positiv verbunden wie in heutigen Zeiten. Er war in den 60er Jahren natürlich schon viel, viel besser als in früheren Jahrzehnten, aber noch nicht so gut, wie es heute ist. Auch da hat er sich nicht sehr viele Freunde gemacht. Kuba-Invasion davor, etc., etc. Aber es hat so viele Punkte gegeben, wo Kennedy sich anscheinend sehr, sehr, sehr unbelübt gemacht hat. Und bei sehr vielen mächtigen und einflussreichen Leuten, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, im Weg war. Ja, denn die Vorwahlen sind schon wieder angestanden und er wollte ja auch für eine zweite Amtsberonne kandidieren. Und das hat man im wahrsten Sinne des Wortes vermisst. So, zurück zu Donald Trump. Nein, ich sage jetzt nicht, dass dieses Attentat gestern ein gefagtes war und dass irgendwelche Machenschaften dahinter stecken. Oder eventuell sogar, dass das so inszeniert war, um nachher als heroischer, fast schon glorifizierender Präsidentschaftskandidat überzubleiben. Das Einzige, was ich schon klar sagen muss, und das ist meine eigene Meinung, und da bin ich jetzt nicht von den aktuell forschten Medien beeinflusst, mir kommt das wirklich sehr, sehr komisch vor. Ich habe vorhin den USS, den United States, den Secret Service erwähnt. Diese Leute sind sehr, sehr gut und genau ausgebildet. Ich habe vor ein paar Jahren auch ein interessantes Buch, was ich immer noch zu Hause habe in meiner Bibliothek, dazu gelesen, wo ein ehemaliger US-Secret-Service-Agent auspackt und sehr viele Details preisgibt, wie so der allgemeine Alltag eigentlich abläuft. Es geht weg von diesem doch sehr heroischen Secret-Service-Agenten, wie wir sie in diversen Hollywood-Filmen gewöhnt sind. Und ja, diese Hollywood-Filme gefallen mir auch, gefallen uns alle. Ich denke da natürlich an Olympus, Herzvollen oder White House Down, wo ein heroischer Secret-Service-Agent seinen Präsidenten schützt und quasi alles im Alleingang in allerbester und intensivster Form von A bis Z macht. Das heißt jetzt nicht, dass die Secret-Service-Agenten schlechter ausgebildet sind. Das sind sehr, sehr, sehr gut ausgebildete Polizeikräfte, sage ich jetzt mal, Sicherheitskräfte in den USA, die das auch sehr, sehr, sehr genau nehmen. Mich hat es gewundert, dass dieser wirklich junge, das muss man auch ganz offen ehrlich sagen, 20-jährige Thomas Crooks, der 137 Meter weg war, 137 Meter auf einem anderen Gebäude, auf dem Dach positioniert, dass er da auch überhaupt etwas trifft. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn er ein sehr, sehr, sehr guter Schütze gewesen wäre, würde ich jetzt einmal als Leih behaupten, dass es schon möglich wäre, einen eventuellen Kandidaten, ein eventuelles Opfer genauer zu treffen. Und er wurde nur, dickes Anführungszeichen, nur an der Wange gestreift und sein rechtes Ohr war dann auch verletzt. Ich bin kein Arzt. Ich möchte es jetzt nicht vom medizinisch-technischen Standpunkt sehen, aber mir kommt es etwas seltsam vor, dass wenn man gestreift wird und dann das Ohr doch so schwer verletzt ist. Und man sieht das in vielen Bildern, dass auch Teile des Ohres, ich muss es jetzt wirklich so intensiv sagen, dass doch Teile des Ohres da sind. Normalerweise ist das bei solchen Situationen so, dass ein Teil des Ohres vielleicht sogar weg ist. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht gesehen und auch in den Medien nicht vernommen, dass das so ist. Weiters macht der Secret Service vorher immer ganz genaue Überprüfungen, welche Zuseherinnen und Zuseher dort sind. Es wird, allen Anschauen nach, hört man immer so, ich kann das jetzt bitte nicht hundertprozentig bestätigen, schon Tage davor ganz genau das Areal durchsucht mit Sprengstoffhunden. Es gibt eigene Beamte, die sich alles ganz genau anschauen, um einen eventuellen, potenziellen Attentäter schon vorher ausschalten zu können, der sich vielleicht schon irgendwie positioniert. Deshalb ist es sehr seltsam, dass dieser junge Mann auf diesem Dach unentdeckt blieb. Noch dazu, wo, schlagt es mich tot jetzt, aber wenn ich das jetzt im Kopf habe, auf der 3, 4, 4 Uhr Position von Trump, also rechts hinten in der Ecke am Dach, war auch ein Secret Service Agent, ein Polizist, wie üblich bei solchen Situationen, über solchen Wahlkampf einsetzen. Das wird schon so gemacht, wenn ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat auftritt. Und der war positioniert mit einem Scharfschützengewehr. Der hätte auch etwas sehen sollen, meiner Meinung nach. Tragisch auch, dass meines Wissens eine andere Person verstorben ist. Zwei weitere waren schwer verletzt. Das waren Zuseher. Der Schuss, der Trump getroffen hat, wird auch nach hinten gegangen sein. Im hinteren Bereich sind auch sehr viele Zuseher gesessen. Die dürfte dieser Schuss Gott sei Dank nicht getroffen haben, oder ist er doch in so einen Winkel hinaufgestiegen, der Schuss, dass er über die Tribüne hinübergegangen ist. Das wäre auch möglich. Das sind so ein paar Punkte, die ich mich gefragt habe, ohne jetzt da diese extremen Verschwörungstheorien in den Raum zu stellen. Aber nachdem ich auch diese wirklich, das muss man auch ganz klar sagen, sehr guten Fotos gesehen habe, wo ein Donald Trump sich richtig glorifizierend dann darstellt, im Schock schon noch gesagt hat, auch es gibt Originalaufnahmen, die man auch auf YouTube hören kann, von diversen TV-Sinnen. Er möchte seine Schuhe anziehen. Er hat seine Schuhe verloren. Das spricht schon dafür, dass das Ganze echt ist, weil er auch unter Schock war. Die Sicherheitsagenten haben auch sehr überrascht ausgesehen, die sofort auf ihn gestürzt sind. Hinten war jemand positioniert, aber innerhalb von einer Sekunde da, nachdem sich Trump auf das Ohr gegriffen hat. Bewaffnete Polizisten, uniformierte Polizisten sind hervorgekommen. Auch, glaube ich, hat er auch ausgesehen wie Soldaten. Also es war schon ein ziemliches Aufsehen. Der Presidentschaftskandidat ist da natürlich von vielen Sicherheitsagenten als erstes einmal ganz, ganz grob geschützt und minimalst vielleicht auch verarztet worden. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt hinter dem Redepolt verarztet worden ist. Man hat nachher keinen Verband gesehen, aber es wird sicherlich da aufgeschaut, um die allerersten schwierigsten Verletzungen einmal einzutämmen und dann natürlich in die schwarze Limousine und dann geht es schnell ab ins nächste Krankenhaus. Ja, der Secret Service, der sich das Ganze sicherlich jetzt zu Herzen nimmt, man merkt es auch in den diversen Medienberichterstattungen, dass jetzt hier die Lunte am Brennen ist, weil sowas sollte eigentlich wirklich nicht passieren, auch aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe. Hundertprozentigkeit wird es nie geben, keine Frage, aber dass so etwas passiert und dass es so nahe rankommt, ja, ist meiner Meinung nach eher sehr seltsam. Die österreichischen Medien haben auch berichtet, dass diese 137 Meter Schussdistanz auch für Profis sehr, sehr schwer einzuhalten ist, dahingehend, dass man ein mögliches Opfer eben wirklich ganz genau trifft, mit einem Brust- oder Kopfschuss bis zu 100 Meter zum Beispiel, wie das bei der heimischen Kobra, der Spezial- und Sondereinheit, das ehemalige Gendarmerie-Einsatzkommando der österreichischen Polizei, bis 100 Meter wird es zum Beispiel sehr genau trainiert, ab 100 Meter heißt das, ist es sehr schwer. Kann ich mir jetzt als Laie, bitte als Laie jetzt nicht so vorstellen, ich könnte mir schon vorstellen, dass mit einem speziellen Scharfschützengewehr sehr gut ausgewilderte Leute auch Ziele treffen, vor allem ein kaum sich bewegendes Ziel, wie es in diesem Fall der Fall war, ja, ist ein bisschen ungeräumt und nachher, wie gesagt, ja, nachher diese Fotos, das eine Foto, was ja wirklich nicht so schlecht war, rechts hinten, rechts hinten, die amerikanische Flagge, eine Secret Service Agentin auf der rechten Seite, ein Secret Service Agent auf der linken Seite, Trump leicht verletzt und blutend, die Faust in den Himmel gestreckt und so nach dem Motto, wir geben nicht auf, fight, fight, fight. Jetzt sind wir bei den politischen Standpunkten, die sowieso momentan politisch so sehr uneine USA noch mehr aufregen. Auf der anderen Seite, die, jetzt muss man wirklich sagen, was auch selten ist, sehr selten sogar, die eventuelle Kandidatur vom amtierenden Präsidenten der Demokraten, Joe Biden, der macht im letzten Norden mit, weil er auch allen sehr bekannten, sehr schlechten TV-Duell gegen Donald Trump sehr, sehr in der Kritik steht, er verwechselt auch immer wieder Personen, er hat auch zum ukrainischen Präsidenten gesagt, er sei der russische Präsident, seine Vizepräsidentin Kamala Harris hat als Trump tituliert, ja, Biden ist meiner Meinung nach ein absoluter Profi, seit den 60er, 70er Jahren politisch aktiv, hat in seinem Leben auch schon sehr, sehr viel durchgemacht, seine erste Frau ist verstorben, er hat Kinder verloren, er hat schon wirklich sehr, sehr viel durchstehen müssen und er wird sicherlich auch seine Stärken haben, er ist ein absoluter Profi, aber gewisse Punkte können irgendwann einmal nicht mehr entschuldigt bleiben, unentschuldigt bleiben und jetzt werden die Demokraten sehen, was sie tun, denn irgendwann einmal bald wird der Nominierungsparteitag da sein, beziehungsweise der Parteitag selber. Ja, es geht auch um verdammt viel Geld und viele, viele Millionen von Spenden, wo es schon erstmals angedeutet worden ist, dass man die Ruhe stellen will, auch, so etwas hat es meiner Meinung nach, was ich jetzt weiß, noch nie in den USA bei einem Präsidenten, bei dem Z. Charles Wahlkampf gegeben. Die nicht sehr beliebte Kamala Harris wäre eventuell eine Möglichkeit, US-Gouverneur auch in Kalifornien, die Newsom wäre eine Möglichkeit, solche Leute sind aber im Mittleren Westen und im Osten wieder nicht so populär, also die Amerikaner bzw. die Demokraten haben wirklich ein Problem und durch dieses gestrige Attentat, was wirklich eine schlimme Sache war, hat Donald Trump jetzt wieder und hat davor schon viele, viele Eisenmäher im Feuer. Sein heroisches Auferstehen nach diesem grauenhaften Tag, das muss man schon ganz ehrlich klar sagen, seine Reaktion darauf, auch ein Spendenkonto eingerichtet für die Opfer, wie die Trump-Administration, spricht man normalerweise nur bei einem amtierenden Präsidenten, aber auch Trump hat mit seinen ganzen Beratern eine riesige Administrationseinheit im Hintergrund, die auch die ganzen Gerichtsverfahren händelt. Da sind so viele Mitarbeiter dabei, die jetzt auf alle Fälle aus dieser Institution sehr viel Kapital schlagen werden. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen werden. Ich bin noch gespannt, was die Untersuchungen in Bezug nehmen und auf dieses Trump-Attentat bringen werden. Ob es vielleicht wirklich ein Fake war, was ich jetzt trotz alledem und trotz meiner Darstellung, die jetzt vorher euch zum Besten gingen habe, gefühlsmäßig trotzdem nicht glaube, ich bin zu 80 bis 90 Prozent überzeugt, dass das wirklich ein sehr, sehr verwirrter, kranker, junger Mann war. Tragisch mit 20 Jahren. Die bildenden Zeitungen lassen wirklich vermuten, da muss auch irgendwas in der Familie oder im Umkreis dieses Kindes, dieses junges Erwachsenen nicht stimmen, dass man so etwas macht, noch dazu als publikanischer Anhänger, als Anhänger seines eventuell neuen Präsidenten. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr tragische Sache. Die Rolle des Secret Service, die habe ich jetzt, wie gesagt, auch kurz gestreift. Der Secret Service hat nun mal sehr, sehr viel zu tun, wenn man den US-Präsidenten und den Vizepräsidenten und andere Würdenträger schützen will. Der Secret Service besteht meines Wissens aus zigtausenden von Mitarbeitern, der aktuelle Stand sind jetzt 6.500 Mitarbeiter, wobei circa davon, müsste ich jetzt nachschauen, direkt mit dem Personenschutz zusammenhängend sind und ebenso als Ermittler bei Finanzbetrug, das sind 3.200 Leute. 1.300 Angestellte sind in der Uniform Division dabei, das bewachen auch Regierungsgebäude uniformiert, sowas gibt es auch im Weißen Haus, es gibt auch uniformierte Secret Service Agenten und dann gibt es administrative Mitarbeiter und technische Mitarbeiter. Also als Secret Service Agent hat man schon sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Aufgaben, um doch den mächtigsten Mann, beziehungsweise auch irgendwann einmal die mächtigste Frau der Welt inklusive seiner Umkreis, seiner Familie ganz genau zu beschützen. Haben Sie gestern nicht so gut hinbekommen, eine Hundertprozentigkeit wird es natürlich nie geben, vor allem wenn eventuelle Opfer und erweilte Präsidenten natürlich so in der Öffentlichkeit auftreten. Aber, wie ich schon eingangs erwähnt habe, fünfmal ist es Attentätern schon gelungen, einen Präsidenten zu töten, einen US-Präsidenten, und versuchte Morde, da ist die Liste sehr, 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 sehr lange. Der intensivste war 1981, am 30. März 1981, wo der auch sehr populäre US-Präsident Ronald Reagan, ein ehemaliger Hollywood-Schauspieler, vor dem Washington-Hilton-Hotel vom John Hinckley Jr. angeschossen worden ist. Auch diese Szenen gibt es auf YouTube zu sehen. Es war damals wirklich ein Schock. Es sind noch zwei oder drei Secret-Service-Agenten verletzt, ein bisschen schwer verletzt worden. Ich glaube, auch der Pressesprecher von Präsident Reagan, Reagan ist dann, so wie es eigentlich sein sollte, und so wie sie auch trainiert sind, von einem Secret-Service-Agenten noch in das Biest, umgekehrt sprach wird das Biest genannt, die US-Präsidenten-Limousine, hineingestoßen worden, und dann sind sie sofort ins Krankenhaus gefahren. Er hat es überlebt. Es hat auch seine Popularität nicht geschadet, auch wie er damit umgegangen ist. Er hat auch aus dem Krankenhaus auch noch, meines Wissens, ein Interview gegeben. Also, das Secret-Service hat auch seine Fähigkeiten, und sie haben damals wirklich sehr, sehr gut reagiert. Es hat auch Attentatsversuche auf George Bush Senior gegeben, auf Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon. Also, es waren schon einige Attentatsversuche dabei, und jetzt eben mit dem Attentatsversuch an Donald J. Trump, dem eventuellen nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten, wenn er schafft, wird er der 47. Präsident der Vereinigten Staaten sein, was vor einem halben Dreivierteljahr niemand geglaubt hätte. Aber momentan sprechen alle politischen Zeichen und die ganze politische Stimmung in den USA dafür, dass der ehemalige Immobilien-Mogul aus New York wieder der nächste US-Präsident wird. Und wenn er das schaffen sollte, gibt es die Inauguration, die sogenannte Angelobung, gibt es dann, wie ist in den USA gesetzmäßig, was ich weiß, vorgesehen ist, Ende Jänner. Dann werden wir es wissen. Bis dahin ist es natürlich sehr, sehr spannend, was die Demokraten machen, ob Joe Biden ins Rennen steigt. Es wird jetzt auch spannend sein, was jetzt wirklich dann bei den Recherchen herauskommt und bei den Untersuchungen das Trump-Attentat betreffend. Und wir schauen, was die Zukunft bringt. Ja, in diesem Sinne sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr wieder bei einem Podcast von Achtung, Aufnahme, Podcasts und Videos dabei wart. Immer wieder sage ich auch gerne, schaut es auf meinen YouTube-Kanal, schaut es meine Videos an. Mittlerweile, glaube ich, kennt ihr es auch. Leidenschaftlich gerne mache ich mit meinem Kanal, der unter meinem Namen Philipp Steinregler läuft. Das ist zugleich der Achtung, Aufnahme, YouTube-Kanal. Auch gerne Videos, Autotests mache ich leidenschaftlich gerne, Reiseberichte, das ist Achtung, Aufnahme unterwegs. Und bei meinen Autotests gibt es eben die regulären Videos und recht neu Autotests, kompakt Autotests in circa 20 Minuten. Und natürlich, wie ihr jetzt gerade hört, meine Podcasts. Ja, ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, den ich euch präsentieren kann. Bis bald, euer Philipp Steinregler.